Hast du Probleme in deinem Betrieb und du weisst nicht, wie vorgehen? Wie entstehen Probleme? Es ist nicht einfach, sich in einem Betrieb zurechtzufinden, in dem die unterschiedlichsten Leute zusammenarbeiten. Probleme entstehen häufig, wenn Menschen auf absolut anderen Wellenlängen sind. Verstehst du dich nicht mit deinem Vorgesetzten? Wirst du beleistigt oder diskriminiert? Traust du dich nicht nachzufragen? Fühlst du dich nicht ernst genommen? Wirst du unfair behandelt? Wirst du gemobbt? Pack das Problem an den Wurzeln. Versuche das Gespräch zu suchen und schildere der zuständigen Person deine Probleme. Überlege dir, was stört dich? Wer ist involviert? Rede mit anderen über deine Probleme. Sich mit seinen Freunden auszuwischen, kann einem helfen. Es kommt zu einer Lehrvertragsauflösung und du wirst gerne mehr erfahren. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal. Die weiteren Infos für Lernende findest du auf kfmv.ch slash merkblätter Untertitelung des ZDF, 2020